Es ist das Schwert der Macht. Masters Freunde, aufgepasst! Bei der Macht von Greyskull. Ich habe die Zauberkraft! Endlich kommt der Entino, He-Man, in das Geheimnis des Zauberschwertes. Fantastische Abenteuer erwarten He-Man und die Masters of the Universe auf der Suche nach dem geheimnisvollen Schwert. Eternia ist in allergrößter Gefahr, denn Skeletor und Hordak schließen einen Pakt, um die Macht über das Universum an sich zu reißen. Ich habe die Zauberkraft! Wir beide zusammen könnten diese Nahrung von Eternia das Leben zur Hölle machen. Ja, ja, es wird wieder wie früher sein. He-Man und die Masters of the Universe in ihrem größten Abenteuer. Das fantastische Kinoerlebnis. He-Man in das Geheimnis des Zauberschwertes.